Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Abzocker und Abzockerinnen, zur 80. Folge von Let's Play Elex 2. Wer die letzte Folge übersprungen hat, den interessiert es vielleicht eine kurze Zusammenfassung davon, was ich alles erledigt habe. Ich habe hier mal alle meine Attributspunkte und Lernpunkte ausgegeben, habe jetzt hier Resistenz und Rüstung, mehr Leben, Lebensregeneration, mehr Ausdauer und Ausdauerregeneration mir geholt. Den letzten Punkt in der Tiertofeensammlung habe ich mir geholt, das hier mit den Attributen beim Aufstieg, einen extra Attributspunkt habe ich mir auch noch besorgt, auch wenn es dafür schon ziemlich spät ist, aber egal. Hab mir danach eigentlich auch gleich gedacht, ist ja doof, wenn ich jetzt hier irgendwie wem beitrete, habe ich dann die ganzen Punkte nicht, wobei ich kann natürlich auch jetzt die Tränke brauen und dann kann ich mir schon gleich wieder ein paar Lernpunkte holen, also ist nicht so dramatisch. Ja, außerdem habe ich hier jede Menge Kohle mir besorgt, mal verkauft, den ganzen Krempel, den ich dabei hatte, den ich ja umsonst durch die Gegend trage, paar Tränke gebraut. Ja, und das war es dann auch schon, dafür bin ich durch die Gegend gelaufen, gekauft habe ich auch noch Tränke. Der Bulli hier hat einen Auftrag, aber ich dachte, ich schaue jetzt zuerst noch in den Krater. Ich habe auch die Kaffeebohnen, die mir noch gefehlt haben, jetzt zusammen gekauft, damit ich diesem Kerl mal seine Vorräte bringen kann, dem Crane, damit ich den mal zu den Klerikern schicken kann. Also blenden wir uns gleich mal ein, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo der war. Ja, und ich denke irgendwie, ich werde mich doch den Morkons anschließen, dann im Endeffekt, weil als Nahkämpfer habe ich den Eindruck, haben die die besten Talente zu bieten. Und man muss sie ja jetzt doch nicht als böse spielen, man hat ja da durchaus die Möglichkeit, vieles zum Guten zu wenden, hatte ich da den Eindruck. So, da oben ist er irgendwo. Hey, hey, ein Tresor. Zieh mal einer an. Hecken. Das wäre doch was. Drei und vier sind dabei. Okay. Aber nicht an diesen Stellen. Probieren wir mal so. Aha. Okay. Fast da. Okay. Wenn nichts doppelt ist, muss es eigentlich der Siebener sein. Jawohl. Geht doch. Ach ja. Jetzt sehe ich es, es ist dann auch gleich weiterhin alles als Schrott markiert, das man zuvor als Schrott markiert hat. Sehr gut. Sonst wäre die Funktion ja gleich nur halb so nützlich, wenn man das jedes Mal wieder neu markieren müsste. Na gut, Crane. Wegen der Lebensmittel. Hast du alles beisammen? Habe ich. Hier. Super. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ach, äh, was red ich? Ein ganzes Bergmassiv. Du hast dir deine Belohnung redlich verdient. 100 Splitter. Was soll das werden? Du hast mir das Doppelte versprochen. Oh, natürlich. Ich bin etwas durch den Wind. Jetzt sollte es stimmen. Ich verziehe mich jetzt. Hab's wirklich eilig. Und wohin? Westlich von hier ist eine abgeranzte Bude. Dort findest du mich. Sag's aber nicht weiter. Ähm. Ich hab getan, was du wolltest. Brichst du jetzt zu den Klerikern auf? Ich weiß nicht. Wer sagt mir, dass ich nicht als Kanonenfutter ende? Die Zeiten haben sich geändert. Geändert? Was soll das heißen? Anstatt zu schießen, schlagen sie jetzt einen Tod, oder was? Nein, sie brauchen Leute. Nicht irgendwelche, sondern solche, die was auf dem Kasten haben. Reicht dir das als Erklärung? Wusste gar nicht, dass es so schlecht um sie steht. Hm. Vielleicht gehe ich doch auf dein Angebot ein. Denn abgesehen von der Nummer im Fonds, die dafür gesorgt hat, dass Nero es auf meinen Kopf abgesehen hat, bin ich ganz gut im Beschaffen von Informationen. Weißt du was? Ich bin dabei. Kennst du den Weg zur Burg? Ja, kümmere dich nicht um mich. Ich finde den Weg schon. Genug Proviant hab ich ja. Ich spute mich besser. Nicht, dass mich doch noch jemand findet. Bis dann. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir auch gleich nochmal schauen, ob es einen neuen Kopfgeldauftrag gibt an dem Board beim Nero. Den ich ihm versauen kann. Dass ich da jetzt allerdings schauen wollte, war welches Trinket, jawohl. Praktiker, passt schon. So. Ach. Teleportieren wir sich zum Eingang von dort aus ist es nicht weit zu diesem Anschlagbrett. Ja, und da hängt auch schon wieder was. Achso. Nein, das Flugblatt der Kleriker. Okay. Na dann könnte es ja durchaus sein, dass wir den Auftrag für die Kleriker dann schon erledigt haben. Dann schauen wir dort mal hin. Oder was heißt schon? Hat eh lang genug gedauert. Oder war jetzt hier noch was im Krater? Schauen wir nochmal eben. Naja, okay. Die habe ich ja voll verkackt, hier die ganzen Kopfgeldaufträge. Oder was heißt voll verkackt? Nicht wirklich. Ja. Schaut zumindest im Auftragsbuch jetzt nicht so aus, als ob da noch viel viele Aufträge wären hier. Wegen der Kopfgelder. Wegen der Kopfgelder. Mal schauen. Gut, dass du sie ansprichst. Du jagst doch Dixon. Hattest du Erfolg? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ach, enttäuschend. Ich werde seinen Fall wohl selbst in die Hand nehmen müssen. Du hast doch Cranes Auftrag an dich genommen. Ist er abserviert? Oje. Nein, im Krater ist er nicht. Entkommen? Obwohl er in der Falle saß? Schwer zu glauben. Wie sieht es mit Aaron aus? Neuigkeiten? Sie muss über alle Berge sein. Ich habe nur ein paar Leichen gefunden. Bedauerlich. Dieses kleine Luder tanzt uns schon entschieden zu lange auf der Nase rum. Ah, ah ja. Suchst du sonst noch jemanden? Ah. Suchst du sonst noch jemanden? Momentan nicht, aber das kann sich schnell ändern. Schau in zwei Tagen nochmal an der Tafel vorbei. Ah ja. Gibt es einen Grund, warum du diese Arbeit machst? Dein Wissensdurst will ich gerne stillen. Nur muss ich für die Antwort etwas ausholen. Stell dir vor, du malst dein Bild. Sagen wir, ein Regenbogen. Oh. Natürlich brauchst du Farbe. Viel Farbe. Rot, gelb, grün, blau. Nur um dein kleines Meisterwerk ins rechte Licht zu rücken. Während du dir das alles zusammenlegst, kommt jemand und stiehlt das Rot. Ersatz. Das weißt du. Gibt es nicht. Also gibst du klein bei und malst mit dem Rest weiter. Als du fertig bist, fällt dir auf, dein Regenbogen ist kein Regenbogen. Er ist ein Haufen Scheiße. Und anstelle von Farben siehst du schwarz. Jetzt kommst du zu mir und berichtest, was vorgefallen ist. Der Dieb hingegen wehnt sich in Sicherheit. Dass er sich die Finger schmutzig gemacht hat, stört ihn nicht. Und so wird alles um ihn herum mit seinem Dreck überzogen. Sein Bier, seine Freunde, seine Frau. Überall klebt seine Spur. Alle sehen rot. Alle außer mir. Ich sehe den Regenbogen. Denn sobald unser Freund nicht mehr ist, kann er nichts mehr schmutzig machen. Alles ist sauber. Alles ist perfekt. Verstehst du? Ich glaube, du hast einen an der Waffel. Verbrecher. 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 Naja. Ein Ordnungsfanatiker. Na, sieh mal einer an. Okay, na dann. Auf zu den Klerikern. Bericht erstatten, dass wir hier die ganzen Leute abgeworben haben. Von den dämlichen, widerwärtigen Outlaws. Ausgezeichnet. Oh. Gut, dass ich dich treffe. Ja, sprich dich aus. Du musst mir einen Gefallen tun. Hast du Zeit? Aber hallo, für dich doch immer, meine Liebe. Lass hören. Wie du weißt, sorge ich dafür, dass hier alles in geordneten Bahnen läuft. Aber auch ich kann nicht immer überall sein. Und deswegen kommst du mir gerade gelegen. Moment mal, du bist nicht immer überall. Da bin ich aber jetzt, bin ich da, bin ich aber überrascht, bin ich da. Aha. Wieso gerade ich? Was liegt an? Was liegt an? Vor kurzem ist hier so ein Kerl eingetroffen. Ein bisschen schmierig für meinen Geschmack. Oh. Hat aber keine Probleme gemacht. Also habe ich ihn passieren lassen. Jetzt ist mir aber zu Ohren gekommen, dass er im Habitat nur die Matratzen beschwert. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand ausruht. Aber irgendetwas sagt mir, dass da was im Busch ist. Setze ich eine der Wachen darauf an, schaltet er sicher auf stur. Wenn aber einer von seinem Schlag mit ihm spricht, könnte er damit rausrücken, was er hier will. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Achso und ich bin von dem Schlag, von dem Kerl, der da nur auf der faulen Haut rumliegt, oder wie? Äh, okay. Vielleicht später. Hm, Bezahlung. Ah. Ich knüpfe mir den Vogel mal. Wieso latschen da so viele Leute rum hinter mir? Die Waffe habe ich ihm nicht abgenommen. Nicht, dass er dich kalt erwischt. Was ist denn da los? Voll der Auflauf. Voll der Nudelauflauf hier. Lauter. Äh, Moment. Was hat er? Was hat er? Was hat er? Hat er was ordentliches? Hat er nur Scheiße? Ja, das passt schon. Und die anderen. Wieder davonlaufen gerade hier. Mit denen würde ich auch gerne noch reden. Akolyt. Arbeiter. Nochmal Arbeiter. Na gut. Ist genehmigt. Ah, wenn wir schon hier rumlaufen, kann man auch gleich ein paar Viechern eins aufs Maul geben. Da vorne war so ein Mutanten-Spinner. Den haben wir schon so gern. Sag ich nur. Sag ich nur. Wo ist er denn? Da ist er ja. Hm. Oh, Moment mal. Ach ja. Da sollte ich eigentlich auch ja, vielleicht sollte ich die Talente auch noch lernen. Das nervt nämlich wirklich, das immer zu wechseln, wenn man hier was platscht auf den auf den Jäger und dann wieder zurück auf den Praktiker. War ich hier schon drinne oder was? Oh. Die hier lebten, sind schon lange tot. Ja klar war ich da schon drin. Hier war ja der Falk ausgezeichnet. Alles klar, na gut. Dann wieder zurück zur Burg gleich. Mhm. Dann sagen wir Bescheid. Ach, oder wir schauen. Erika und ihre Burgen. Das hab ich nie verstanden. Die Typen bauen Roboter und so ein Zeugkörper. Leben in alten Ruinen. Naja, in der letzten, in der sie im Einser-Teil gelebt haben, das war eher keine alte Ruine. Aber jetzt ist das wohl der Fall, in der Tat. Vielleicht gibt's hier noch Tränke. Oder so. Nee, nee. Sieht nicht gut aus. Hm. Er hat Rüstungen. Was war da? Ja. Ja, der hat auch die Gute. Könnte ich mir jetzt ja auch leisten, aber ja, ich denke, es wird fast die Morkon-Rüstung dann werden im Endeffekt. Wie bereits erwähnt. So, Vivian. Oder wie heißt sie? Vivian, genau. Ah, okay. Wegen der Outlaws. Moment. Wie gesagt, es nervt das immer zu wechseln, aber was mache ich jetzt? Bevor ich hier die Quest abgib. Bereit für einen Zwischenstand? Zwischenstand. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Crane wird für euch arbeiten. Du solltest ihn allerdings nicht in der ersten Reihe einsetzen. Er versteht sich eher darauf, Informationen einzuholen. Ich mag keine Leute, die sich im Schatten bewegen. Aber ich will nicht klagen. Vielleicht kommen uns seine Fähigkeiten zugute. Da, die Splitter für unseren Neuzugang. Du hast sie dir verdient. Hast du sonst noch jemanden auftreiben können? Aaron wird in euren Dienst treten. Und ihre Referenzen? Sie hat sich als Banditin durchgeschlagen. Ganz alleine? Das will was heißen. Sie ist nicht ganz einfach. Umso besser. Das werde ich zu nutzen wissen. Hier, das ist es mir wert. Weißt du, ob noch weitere Leute auf der Abschussliste stehen? Nicht, dass ich wüsste. Nun gut. Es bringt nichts auf Dinge zu hoffen, die nicht eintreten werden. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Ach. Ja, na gut. Dann. Ich frage mich eben gerade, wenn dann doch noch ein Auftrag gekommen wäre, könnte man den dann auch noch abgeben? Naja, keine Ahnung. Wird schon passen. Wird schon passen, wenn er sagt, es ist abgeschlossen. Ist das in Ordnung für mich? Ich schaue mal hier hinten zum Reinhold. Letzte Mal war ich ja mit der Nasty da. Das war ja jetzt nicht der volle Erfolg. Ob er da noch irgendwas dazu zu vermelden hat zu dem Besuch. Keine Ahnung. Sag mal, was ist denn auf einmal mit Nasty los? Genau. Haben sie ja bei den Morkons das Gehirn zu Brei verarbeitet? Sie war schon immer speziell. Ich will sie hier nicht mehr sehen. Verstanden? Eine klare Ansage hätte gereicht. Musstest du uns auch noch deine Robots auf den Hals hetzen? Gut so. Dann weißt du ja wenigstens wie ernst ich es meine. Seltsame Antwort, aber okay. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Niemals. Alles klar. Alles klar. Ja, dachte ich doch, dass er da nochmal was erwähnt mit der Nasty. Die Spinnerin. So. Sie will ja auch schon wieder zu den Alps weiter. Oh Mann. Was haben wir jetzt hier? Ungebetener Besuch. Das schauen wir uns mal an hier. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wieso habe ich da drin die Splitter noch gar nicht geklaut? Sind da so viele Leute, die gut du aufpassen? Äh. Suchst du etwas? Äh. Sieht fast so aus. Doof. Vorsicht, was du hier anstellst. Ach so. Danke sehr. Hm. Na gut. Haben wir hier eigentlich auch? Wo sind hier noch Händler? Abgesehen von denen da keine. Hm. Na okay. Fernkampf, schwere Waffen, Schutz, Lernen, Sozial, die Eva. Oft gibt es ja dann schon immer später einfach mal neue Quests auch. Vielleicht sollten wir dann auch mal bei den wichtigeren Leuten reinschneiden einfach. Ähm. Okay, wieso? Ach ja. Hier irgendwo muss der sein, ne? Na ja, da sitzt schon einer. Rain? Gerade nicht. Lass uns später reden, ja? Der war war aber jetzt hier nicht gemeint, bitte. Mit dem nutzlosen Spinner oder doch. Das wäre ja weniger toll. Ach, da gehört es. Okay, der ist es. Der wollte mich ja verprügeln für diesen dämlichen Reich. Dich kenne ich doch. Was zum Henker machst du denn hier? Das gleiche wollte ich dich gerade fragen. Na was wohl? Ich verdiene mir meine Splitter. In Tavar sind meine Preise in den Keller gerauscht, nachdem du mir eine Abreibung verpasst hast. Also habe ich den erstbesten Auftrag angenommen, um der Scheiß gegen den Rücken zu kehren. Und was genau ist das für ein Auftrag? Ich soll jemanden ausfindig machen. Und was springt für dich dabei heraus? 200 Splitter hat man mir bezahlt, damit ich einen Kerl finde, der für die Kleriker arbeitet. Mittleres Alter, Schlägervisage, üblicher Straßendreck eben. Zumindest hat man ihn mir so beschrieben. Und wenn du ihn gefunden hast, was dann? Du wirst auch nicht fürs Quatschen bezahlt. Natürlich nicht. Mich heuert man nur an, wenn Fäuste gefragt sind. Ich soll ihm einen schönen Gruß bestellen, wenn du verstehst, was ich meine. Ziemlich riskant, wenn du das vor alle Augen machst. Egal. Ich habe den Auftrag angenommen, also führe ich ihn auch aus. Ganz gleich, ob kann. Hm. 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 was soll ich da jetzt sagen? Was wird dem Bulli gefallen, dass wir ihn nicht ans Messer liefern? Vermutlich. Äh. Naja, ich sag das hier. genau weiß ich das nicht. Soll wohl irgendein Glaubensquatsch am schwarzen Brett angebracht haben? Du weißt schon, das Ding, was vor der Kneipe im Vor steht. nee, mein gutster. Äh. Ja, das war dann wohl ich. Alter. Oh Mann. Oh. Und wer hat dich beauftragt? Das wäre ja dann interessant. Der Kerl, den du suchst, steht vor dir. Ich habe das Flugblatt angebracht. Du? Aber das bedeutet ja, dass du wieder ein paar Schläge einstecken wirst, richtig. Verdammte Prinzipien, aber Auftrag ist Auftrag. Nee, wirklich. Tu mir einen Gefallen und schlag nicht so fest zu, ja. Wieso? Du weißt es doch schon, was dabei rauskommt. Du hast Glück, mir ist gerade nicht nach schlagen. Hey, was wird das hier? Ich weiß, dass ich keine Chance habe. Trotzdem stehe ich zu meinem Wort. Los jetzt. Ach, komm schon. Vergiss es, such dir jemand anderen, der dich verprügelt. Sehr gute Antwort. Vergiss es, such dir jemand anderen, der dich verprügelt. Dann ist es offiziell. Ich bin am Ende. Am Ende wärst du, wenn ich dir den Schädel eingeschlagen hätte. Du verstehst nicht. Ich bin ein einfacher Söldner. So verdiene ich meine Splitter. Wenn ich nicht einmal mehr das hinbekomme, was bleibt mir dann noch? Ja, du kannst ja hier bleiben. Blöd, dass die Quest schon abgeschlossen ist mit dem rekrutieren. Ja, warum bleibst du nicht hier? Da ist die Option. Achso, ich sollte ihn hier eigentlich ... müssen. kannst natürlich auch betteln gehen, wenn dir das lieber ist. Hier hast du was zu essen und einen Platz zum Schlafen. Hm. Jetzt wohl es draußen immer unsicherer wird, klingt das wirklich nicht schlecht. Weißt du was? Ich behalte es im Hinterkopf. Danke für den Tipp, Kumpel. Musste ich so genau weiß ich das nicht mehr. Ach was? Hatte mir nach meiner ersten Begegnung mit dir ziemlich die Kante gegeben. Als mir das Elixit ausging, haben mich ein paar Stadtwachen zu sich an den Tisch eingeladen. Hatten ebenfalls sein Sitzen, lagen sich dann später in den Haaren wegen dieses Flugplatz. Einer war der Meinung, dass man so einen Mist nicht genehmigen darf, ein anderer hat dagegen gehalten. Haben sich hoch geschaukelt, bis einer Aufstand und einen dicken Beutel auf den Tisch geknallt hat. Meinte, wer sich nach dem Kerl auf die Suche begibt, der den Fetzen angebracht hat, kann die Splitter einstreichen. Also habe ich zugeschlagen. Ihre Namen habe ich mir nicht gemerkt. Wenn du also auf einen spekuliert hast, gehst du leer aus. Nicht ganz übel. Hm, na siehste mal. Oh, ein verschlossener Tresor, meine Damen und Herren. Aber nicht mehr lange. Wer mal doch gleich aufmachen hier. ja, ja, mhm. Okay. Geht doch. Ja, damit sehr schön, sehr schön. habe ich jetzt allerdings naja, was sagt jetzt hier die Türsteherin dazu? Naja. Ja, was wollte er denn? Naja, solange die Sache vom Tisch ist, reicht mir das als Antwort. Hier, dafür, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Danke. Ich bin es, die zu danken hat. Sehr schön, sehr schön, dann haben wir das auch erledigt. was steht denn als nächstes an? Oh mein Gott, die Audienz bei den Alps, das kann ja heiter werden. Attila wieder aufsuchen, das letzte Mal hat er mich ja weggeschickt. vielleicht konnte ich schon wieder kämpfen in der Arena. Dieses Elex könnte ich verteilen, die Köder in Ignodon. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Hm. Oder ich schaue einfach hier jetzt um die Ecke da unten waren ja noch jede Menge unsympathischer Viecher. Und da ist auch schon der kleine Spinner. Erfahrener Jäger wieder ausrüsten hier. Ja, stellt sich die Frage. Oh ja. Ist irgendwie beruhigend. Da waren einige sehr schwere Viecher. da habe ich in Erinnerung mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Da wo ich die fahrenden die fahrenden Händler ihnen diese Waffenbündel wieder besorgt habe. Hier waren diese Hornwölfe. Und da vorne ein Stück den Weg runter waren dann alle möglichen widerlichen garstigen biester, die ich dann für's erste stehen habe lassen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ob wir da diesmal mehr ausrichten können. Aber ich glaube, da war sogar irgend so ein Urtier, Umtier, was auch immer, Trollverschnittkerl auch unterwegs. Ich hasse diese Dinger. Ich jagen immer einen kalten Schauer über den Rücken. Welche Dinger denn? Meint er hier die Kuppeln oder keine Ahnung wovon er redet? Ja, da haben wir dieses fette Teil, von dem ich gesprochen hatte. Ja, das ist sicher auch wieder was, was mich immer noch kein einziges Mal treffen darf. Mal sehen. Was haben wir hier in der Kuppel drinnen? Ach, da war man schon. Ist das eine von diesen? Ach ja, okay. Da war dieser Crazy Craig oder wie auch immer drinnen. Okay, okay. Ich weiß nicht, ich denke, das hat relativ schlechte Erfolgsaussichten eigentlich nach wie vor vermutlich. Da hinten steht auch gleich noch ein anderer Typ, aber probieren muss mal pull den mal . ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja und hier gibt's dann eben auch diese Herzen der Unholde. Da gibt's dann den lecker Trank damit hervorragend. Das war's für heute. Ah ja, da unten haben wir... ...was Stalkerartiges. Aha. Da mal da mal hin. Ja, aber sehr schön. Der ging ja jetzt besser als angenommen. Nachtschatten, ja. Okay. Gut, gut, gut. 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 Sehr gut, sehr gut. Gut. Sag mal danke, dass du uns geholfen hast. Ja, da sind sie ja wieder. Wenn du etwas kaufen willst, bist du auf jeden Fall genau richtig bei mir. Ich habe das meiste, was ein Wanderer auf Magalan braucht. Gut. Na dann, zeig mal her. Zeig mal her, was du so hast. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nichts lieber als das. Jetzt latscht der natürlich da auch wieder voll auf meine tollen Monster zu. Du. Elex hätte da. Abgesehen davon. Aha. Beschädigte Vollstrecke-Axt. Fuh. 25.000. Nee, danke du. Lass mal. Danke für das Geschäft. Man sieht sich. Ja, bitte, bitte. Immer wieder. Immer wieder. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Ich schaue euch da noch ein Stück mit. Nicht, dass der... Ah ja. Da haben wir was. Ja, schön. Jetzt haue ich schon ein ganzes Stück besser rein, würde ich mal sagen. Moment. Wo ist der jetzt umgekehrt, oder was? Ach, da liegt ein Toter. Ein Toter Bärserker. Hu 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 hu. Das hat er nun davon. Und da oben... War irgendein Schakal oder sowas ähnliches. Ja, wo ist er denn? 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 Habe ich doch gerade was gesehen. Ha, seltsam. War ich auf dem Turm schon oben? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Aber echt seltsam, wo da jetzt dieses... Ah, komische Köterverschnittvieh hin ist. Ah, eine Kiste. Habe ich nur kurz diesen Bärserker geplündert. Und als ich wieder hinschaue, ist das Vieh weg. Ja, sag mal. Ah. Das war wohl nichts. Ups. Ah, verdammt. Das war wohl nichts. Okay. Ah. Jawoll. Ja, schön. Kleiner grüner Stein. Kann man aufwerten. Na schön. Machen wir weiter. Ja. Also, ich verstehe wirklich nicht, wo das dumme Vieh hingelatscht ist. Das irritiert mich jetzt. Als ich den hier gelootet habe, habe ich da oben einen rumlaufen sehen. Jetzt hat er sich in Luft aufgelöst, oder was? Kann es sein... Ach, da unten läuft er rum. Oder ist das ein anderer? Ah. Oh je. Den habe ich ja jetzt an der besten Position überhaupt gekillt. Ich sage einfach mal, dass der das war. Dann muss ich hier nicht blöd weitersuchen. Da vorne läuft auch so ein Fettarsch durch die Gegend. Und... Ach. Und ja, der doofe Händler hat hier das Vieh wohl umgehauen. Riesenfrechheit sowas. Aha. Kann man gar nicht looten. Interessant. Und da drüben läuft auch noch so ein Fettarsch rum. Die sind allerdings kritisch, wenn sie mich retten. Da. Was sind das eigentlich für Dinger hier? Sehen irgendwie aus wie riesige Suppenschüsseln oder sowas. Was haben die sich damals dabei gedacht? Wir brauchen einen Teller auf dem Dach. Hahaha. Okay. Kunst. Muss ich nicht verstehen. Kunst. Hahaha. Sehr gut. Hahaha. Hahaha. Ja, paar Viecher kloppen ist immer gut. Einschissen. Ahhh. Das geht nicht. Wie kann ich nicht. Das geht nicht. Was ist mir nicht gut? Ich bin ans성end. Die Versorgung wäre das sehr gut. Dust. Ja, es geht nicht. Da ist es zu dir nicht. Was ist das richtig? na gut eigentlich wollte ich da hinten in der wüste weiter schauen und den turm hoch und da drüben diesen fettarsch klatschen fettarsch das machen wir schon so sieht es nämlich aus oder kommt der nächste sehr schön sehr schön der ist ja doch gut gekloppt da steht auch einer rum auch mainz so viele fies ja 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 da entsteht was das haben wir denn da augummi eiltrank pfeile und ne uhr ist ja toll da ist noch so ein fetter mann ich komme überhaupt nicht in die richtung in die ich eigentlich wollte hier weil hier überall lauter tolles ich ja zum niederklatschen rumstehen und da drauf habe ich gerade bock wie ich ja niederklatschen oh ja das ist rei ja ja da oben war ich wohl noch gar nicht da steht noch jede menge zeug rum und das wäre ja wohl kaum so wenn da der jack schon vorbeigekommen wäre noch ne kiste öffnen interessant interessant aha gewöhnlicher morgonhelm schade dass es kein außergewöhnlicher morgonhelm ist aber gut aber gut ja 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 neuer stufe das lasse ich mir einreden ja 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 neuer stufe vielmeckige mutanten da ist der alte wie hat der scheiß geheißen extraktor oder irgend so was von werter irgend so was dieses vieh ist natürlich ein Zyklop moment mal von dem kriegt man wieder baumaterial für den Attributskrank sehr schön die haben immer elex dabei das lasse ich mir natürlich in der tat einreden naja ok da kommt der zyklop hallo mein gutster erst mal auf meinen kollegen los sehr schön ja 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 Oh Mann, jetzt kommt da noch so ein anderes Vieh dazu, wie ungut. Das ist aber gemein. Oh, wow, wow. Alter. Oh. Nee, nee, weg hier. Bring. Bring. Oh, verdammt, Alter. Der Schuss hat's jetzt gebracht. So, du stirbst jetzt mal. Verdammt, stirb. Okay. Okay. Jetzt mal schnell speichern hier. Mr. Laser-Auge. Okay. Was für ein Krampf. Ah, vier Servomotoren. Und ein Herz eines Zyklopen. Wieso hat ja nicht drei Herzen eines Zyklopen dabei? Viecher-Gemein. Sehr schön, sehr schön. Ja, die Viecher bringen ja spitzenmäßigen Loot. Da kann man ja glatt Tränke brauen mit. Sogar bis hierhin hatten sich die Alps ausgebreitet und jetzt schau sie heute an. Verkriechen sich in Ignadon wie geschlagene Hauenwölfe. Als hier noch alles wüste und der Konverter noch aktiv war, habe ich mich keine hundert Meter an das Ding herangetraut. Na ja. Du gehst was. Ah ja. Von Werther. Ja. Das war's. Von Werther. Ja. Das war's. Von Werther. Ja. Das war's. Ey Alter, bleib hier du Idiot. Okay. So. So. Hm, was ist da unten. Weiß nicht, ob ich da reinschauen sollte. Oh, noch eine Tohe. Sehr gut. Da liegt auch eine tote Banditin. Schlösser knacken, Bücherwurm, okay. Ah, Elex. Da unten ist auch noch welches. Naja, und da drüben... Da waren auch irgendwelche Viecher, oder? Ja, da ist es ja schon. Du Luder, komm her hier. Der Grieche. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht werde ich das Spiel in der Schwierigkeit jetzt ein bisschen hochdrehen. Das ist ja jetzt, nachdem ich diese Punkte verteilt habe, alles fast schon zu einfach. Wäre doch eigentlich der Moment, um voll auf die Schnauze zu kriegen, oder? Und man sagt, ach, das ist doch viel zu einfach hier. Pam, 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 tot, aua. Naja, da haben wir noch so einen. Er hat uns hier schon mal verjagt, als wir uns das Elex holen wollten. Aber nicht mehr heute. Das Elex ist mein... So sieht's nun mal aus hier. Moin. 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 Alles gezeichnet. Kommt man da überhaupt noch irgendwo rein? Oder auf der anderen Seite ist es glaube ich so ein... Ist es in den Boden gegangen? Ob da ein Eingang auch war? Eine Ahnung. Okay. Okay. Sonst irgendwo ein Stück hochfliegen. Eigentlich müsste er schon noch irgendwo reingehen bei dem Ding. Wunderband geht's. Jawohl. Wunderband geht's. Jawohl. Na ja, schauen wir mal, fliegen wir mal hoch. Mhm, da liegt doch was. Dann muss ich die Folge schön langsam eh wieder beenden. Ja, genau. Sehr schön, aber da geht's nicht rein. Nein! So ein Scheiß. Oh, was haben wir denn da für eine Knarre? Die sieht doch gut aus. Elex-Trank. Kalans-Licht. Ist das ein Granatwerfer, weil da hier gleich noch Granaten daneben sind? Den trinken wir gleich hier. Einen Lernpunkt. Immer her damit, immer her damit. Wo haben wir denn hier da? Energiewaffe. Für Energiezellen, naja, bräuchte noch viel Intelligenz. Obwohl, so viel Intelligenz bräuchte es gar nicht, aber viel Geschicklichkeit. Aber sehr guter Schaden für Energiezellenwaffe. Die sieht doch echt nicht schlecht aus, muss ich schon mal sagen hier. Okay, okay, aber reinkommen. Damit schaut's wohl eher schlecht aus. Hat's denn Anschein? Hier wächst voll das Bäumchen raus! Sachen gibt's. Ja, na gut. Dann werden wir die Folge hier an der Stelle beenden, liebe Leute. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn's da wieder heißt, Let's Play Elex 2. Bis dahin noch einen schönen Tag. Und tschüss. Tschüss.